Ich glaub, ne, ich wollt grad sagen, dieser Schimmelmage ist wieder hier, aber der ist in Rot. Rot-Grün. Und nur Grün. Dann war das ja ein falsches Mobil. Ja, außerdem war der Schimmelmage Level 24. Er ist jetzt ja was, 24? Kann man denn in dem Norden sterben? AFK gehen, während ein paar Mops auf dir draufhauen, das schafft man dann auch mit Level 24. Die müssen aber auch viele Mops geben sollen. Die müssen ja jetzt irgendwie noch eine Verstärkung bekommen. Wo ist der scheiß Holz? Holz, 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 Holz... Ich seh grad auch keins. Ich glaub, ich bleib jetzt einfach bloß an der Stelle stehen, wo ich das eine Holz gefunden hab und loob die ganze Zeit bloß testen, bis ich das hier bin. Bin mir, das glaub ich, auch nicht zu weit. So, der scheiß... Ja, schweiler... Das ist das gammel Ding hier, ein Hexbar, kein Meld. Ich hab ihn jetzt gedacht. Ah. Okay. Ähm, Sophie, du weißt, dass du einen Anhang hast, oder? Jaja. Und du rennst einem Holz vorbei. Was weißt du? Wo? Hey, ich weiß. Das ist hinter mir gespawnt, das war doch vorher nicht. Scheiß. Jetzt wieder alles auf den Spawn schieben, ne? Was ist denn das für ne Scheiße, Mann? Ich geh mal meine Brille rein. Was gehst du denn am Meer? Ich hab meine Brille auf. Brauchst du gleich mal ne neue? Ich hab einen Augenoptiker. Das ist die aktuelle Stärke. Ja, dann solltest du mal die Augen aufmachen. Augenoptiker? Gibt es auch einen anderen Optiker? Ja. Ich hab die Ohren. Kein Holz weibenbreit. Wir laufen stundenlang um den Baum rum und warten doch das hier Holzbord. Wetten, das ist jetzt wieder wie der Farm Quest. Ja, das ist wohl mit der Farm Quest, weil das wieder so ne scheiß Farm Quest ist. Ja, wir verbringen jetzt wieder drei Stunden hier. Na gut, drei Stunden ist bisschen übertrieben. Drei Parts hier. Und suchen Holz. Ja. Wette ich mit euch. Und geraten dabei in ein großes Abenteuer, in dem ein Huhn, ein Murloc und ein Wolf verwickelt sind. Ich bin Kilian. Jetzt kommt Chrissi wieder mit seinen Perversitäten an. Ich hab nicht gesagt, dass es pervers ist. Ich bin ein Holz. Chrissi, wir kennen dich. Gut, das kann ich ja nicht mal mit. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Warum krieg ich eigentlich keinen Kampf, äh, kein Spiel ab? Und was? Und was? Du hast mich schon aufgeführt. Weil du mich schon aufgeführt hast. Oder es lange dauert. Das habe ich. Streitkolben, Spiel 6. Was ist der... Hammer? Wahrscheinlich, weil es... Weil das eigentlich halt... Weil der Schmiedehammer nicht als Waffe zählt, oder so. Keine Ahnung. Der Schmiedehammer zählt nicht als Waffen, ne. Das fand. Moment mal, das spielte ich mich an. Ich will kein Holz mehr! Ich hab ein Stück Holz. Fehlen nur noch drei. Das ist super, mir fehlen immer noch sieben. Das Ganze entzerrt sich spätestens, wenn der Erste fertig ist. Ich bin fertig. Naja, gut. Das ist aber doch nicht nur weh hier rumrennen, ne? Deswegen renne ich die auch gerade hinterher, Kilian. Ich hab schon meinen ersten Skillpunkt verteilen können. Ja. Wie, der ist ja Stufe 10. Nicht nur der. Das wundert dich. Ja, ich habe jetzt zwei Prozent weniger Mana-Kosten auf alle meine Schüsse. Die Gegner haben weniger Chancen, mir zu äh, aufzuweichen. Widerstehen. Ich will erstmal Holz haben. Ich auch. Holzfellerlager, das ist austral. Ah, das ist Holz. Ich hab Holz gefunden. Pali-Buffs 0. Ey, warte mal. Oh, scheiß Merlock. Jetzt muss ich die ganzen restlichen kleinen Pfeile, die ich noch hab, irgendwie verschießen. Das was für Einastic, wingtelbe- Oh, ich hab's auch aufgewachsen. Und dann haben wir den Töne Hörst du deinen Mama-Schliffen mit, wenn er eine Hände kürzt? Oh, das ist Holz. Oh. Oh, jetzt hab ich den Merlock geädigt. Oh, Holz. Und noch nen Merlock, oh mein Gott. Ja, toll, Crow. Blickwunsch. Ich glaube, ich suche mein neues Holzbündel. Ich hab grad vorhin genaselt mit dem scheiß Wolf. Ich schieb mir den Wolf um das Holzbündel zu loten. Oh, da kommt der Klinger, oh, da ist Holz. Äh, hehehe. Farmquests sind Krieg. Oh ja. Krieg auf einer ganz anderen Ebene. Ich die ist nett, oh nein. Ich hab grad festgestellt, dass ich in... dass ich Pali-Baule auf habe. Jetzt will ich grad alles überlegen, wie stell ich das ein? Oh Gott, hab ich knapp überlebt. Nur 29 Lebenspunkte. Du hattest schon mal mehr. Ja. Deswegen guck uns, du bist noch n bisschen geschnetzt, dass ich gekommen bin. Ich brauch immer noch sieben Holzbündel. Ich hab mich gerade eher, wenn du die ganze Krieg was schnäppst und du nicht so vorbeikommst. Du wirst immer noch nur ans. Du wirst mir eben noch eins gefunden. Hier, weil wir warten in der ganz anderen Richtung. Dass du ihn weggeschnappt hast. Nein? Wie? Wie? Du, Lex gerade. Hier, wir sind hier, der 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 Polar-Pala. Hier, wir sind ein laufgeroller. Hier, die Karola. Gott! Tu's a robot, yay! Ich stelle dir das Add on jetzt ein. ist doch auch egal kein verrücktes holz fällt mir gerade ein ich habe doch da noch so ein paar stiefel selbstgemachte kann ich doch noch anziehen mehr ausdauer mehr willenskraft passt ich bin ja noch schlimmer Aber weiter nicht bestimmt, man muss das echt freuen, was man für die soll. Nichts. aber das geht hier mal nachher rum dieses scheiß Holz ja manet im Gegensatz zu dir zu mir hast wenigstens was ich laufe immer noch mit einem Holzbüttel rum oh Gott da hinten ist auch kein Holz wer ist eigentlich bisher fertig alter ist fertig sonst niemand nice ja das wird auch nicht einfacher da wie gesagt hier noch mindestens drei Leute rumlaufen auch da unten ja da laufen so einige noch rum nicht einfach töten wir spucken bis sie freiwillig off gehen das könnte funktionieren aber die fang schon mal an ich fand das besser Moment ich muss jetzt noch ein Makro schreiten das Spuck Makro wird wieder ausgepackt über all das Holz schon abgefarmt hm wobei ich könnte ich könnte es ja mal an exotischen Orten probieren wo es sonst niemand hingeht könnte sich ja gerade dentieren Bälge hochglitschen wie es sonst immer ja wo gehst du denn jetzt hin naja es gibt noch ein paar andere Orte wo man dieses Holz hier finden kann das ist nämlich um den ganzen See hier eigentlich rum ah was sagst du jetzt erst nicht nur um den See rum auch generell um das ganze Lager ne normalerweise geht da nur sonst niemand hin weil es zu weit weg ist aber auf der Insel nicht oder? hm nicht dass ich es wüsste es kann sein dass dort auch was ist ich habe dort zumindest noch nie wirklich nachgeschaut ich geh mal nachgucken ich guck schon ja hm 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 sind die auch keine oder sind die auch abgefarmt weil ich habe vorhin ein paar Spiele ich glaube ich höre gleich einfach auf das Lied was ich höre und fang an Pong zu spielen Pong ja ok hier sind auch Leute unterwegs ja das erklärt warum ich hier auch nichts finde dann sag doch lass sie einfach alle töten ich werde ein paar Hortle auf 60-10 rüberlaufen und töten ja 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 wo schnell gehen wurde ein Level 15 Charmy hätte ich schon ich habe ein Level 16 Charmy ich muss meinen Schurken mal weiter ich bin auf Stufe 6 so kann ich noch nicht kann ich noch nicht kann ich noch nicht und teilweise hat man ja das Inlage noch irgendwo Holz aber ich bin mir gerade gar nicht ich bin mir gerade gar nicht war schon wieder ein Erz also auf der Insel ist kein Holz dieses verfickte holz so aufgabe für die heutige folge lasst euch so viele beleidigungen für holz einfallen wie ihr könnt du holzverschnitt abfall das buren holz ist bereit jetzt kommen da ich habe kölzer und es hat viel holz du scheiß pressholz junge jetzt findet der holz er hat den trick rausgefunden du musst es einfach nur lange genug beleidigen dann es ist wo zum tipp bin ich hier auch knollen wo bin ich hier wo ein ramponiert rundschild zwölf rüstung ein blocken im bar ich habe übrigens noch mal zu als meiner ich habe hier nennen man hat nur treiben viele rüstung bringt der schild zwölf rüstung ein blocken das ding ist totaler crap da hinten rum findet man hin und wieder mal holz aber da haben sie gerade auch schon alles abgefahren ich bin hier gerade schon wieder auf die ersten fünf gehen schnell die ersten fünf die ersten vier habe ich richtig schnell bekommen dann nach einiger zeit noch mal ein weiteres und der ganze rest der lässt jetzt auf sich warten ich habe ich habe ich habe einen ersten drei erholz herztabletten nehmen müssen hallo herz verdammt diese fickkolle holz 2 1 1 meint meint das ist Nummer 6 da ist das gleiche nummer sieben ich habe hier gerade richtige frame rate einbrüche ja du hast das teufelsholz erwischt kann man die hier eigentlich benutzen ja das könntest du und du bist es auch das ist mein nummer sieben Nadine ist assi, die mobbt schon wieder Kilian, lass uns sie aus der Gruppe mobben das heißt ja schon wieder, normalerweise sind die anderen immer dran und wie ich das wage du blöder das ist so mies von dir, tut mir leid, das geht doch mal überhaupt nicht Nadine hat das selber gerade bei mir gemacht, dafür nehme ich dir das wissen aber was muss denn die mit mir machen, dass sie es mit mir machen muss, hallo? doch Leute, schreib gleich ein Ticket an den nicht vorhandenen Atmen der Servier hat GMs das muss keiner wissen das muss existieren nicht, die sind ein Mythos ich bin Classic WoW, es gibt keine Atmen ich bin ein Grünzeug, mein, 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 mein ne, was ist nicht Grünzeug, da holst du die alte Quest-Pante neee das ist schön ich seh Grünzeug, ach, Moment, Quest-Pante schon wieder nochmal ich hab da hinten grad ein Wolfgeküttel gekrassen, das ist nicht notwendig ganz gut ganz gut so oh, ich seh Holz das könnte mein letztes sein wenn's mir keiner wegschnappt ich würd gern mal wissen, wo ich bin oh, da bin ich, lol äh, ja ja ich glaub, ich bin so in 10 Minuten wieder am Holzfäller lag, wenn ich jetzt loslaufe ah, du bist da hinten, okay ich bin nur den Ärzten gefolgt okay, ich hab alle mehr Acht das kam mir irgendwie bekannt vor von den Mauerfreunden mir vielleicht nur ein Holz Chris, ich glaub hier ist eins da wo ich grad stehe Moment bei mir ist nichts außer Ärzte so viele Ärzte oh wo siehst du da ein Holz? okay, das ist grad despaunt aber da vorne ist noch eins ah ja, ich seh eins, ich seh eins wunderbar ich hab eins ich wollte grad sagen, warum trägt mir mein, mein, mein Beruf während andere 0,11 leere Viewungen hat, während mein Inventar 19 anstreckt, also dass der Beifahrt ist auf der Woche sieht genauso aus ich brauch jetzt noch eins ich brauch jetzt noch eins fließen von der Hütte 5 so ist dann nichts wieder hin so, ich bin jetzt wieder bei diesen matschigen Überresten von der Stadt so ich würde das gerne irgendwo eins gehen oh Gott, dieses scheiß Holz dann halt nicht blödes lederstück dann stellen wir uns halt mal wieder kurz hin und craft ein bisschen leder ich glaube ich habe ein problem schon wieder ich glaube die batterien von der funk maus sind ww kann man rein theoretisch fast komplett mit tastatur spielen aber das habe ich mitbekommen hast du noch ein paar jetzt gott sei dank